Ehrwürdiger Rat, ihr habt um meinen Erscheinen gebeten. Vogel, der Rat überträgt dir die Aufgabe, auf der Erde einen Retter zu suchen, der sich um das Lego-Problem dort kümmert. Um dir die Aufgabe zu erleichtern, gab uns unsere Herrscher diesen Trank, der Tote erwecken kann. Findest du unter den Lebenden niemanden, so verwende ihn und erwecke den Passendsten. Für diese Aufgabe, nun geh, aber verkleide dich, um auf der Erde nicht aufzufallen. Wie wäre es mit dieser Verkleidung? Zu auffällig. Das geht nicht. Bloß nicht. Und diese? Das ist zu unaufzüglich. Nein. Nein. Und diese? Nun, wie ist es damit? Hm, das ist perfekt. So etwas tragen die Menschen? Nein. Tretet ein, enger Oge. Wen hast du erwählt? Diesen Bayern. Er ist der Richtige. Ein Bayern? Ernsthaft? Oh, bitte nicht. Tretet ein, enger Oge. Wen hast du erwählt? Diesen Bayern. Er ist der Richtige. Ein Bayern? Ernsthaft? Oh, bitte nicht. Macht euch keine Sorgen, oh, ihr Engel. Dieser Bayern ist der Richtige. Das ist der Richtige. Ja, ich bin ein, in der Richtige. 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 Ich bin ein, in der Richtige.